Ich möchte heute meine Geschichte mit dir teilen, wie ich es geschafft habe, über 20 Kilo abzunehmen und es auch jetzt seit zwei Jahren weiter so ist, also das Gewicht gehalten habe. Und ich möchte deshalb die Geschichte mit dir teilen, um dir Mut zu machen, dass du das auch schaffst oder kannst. Und weil ich weiß, dass sehr viele Menschen darunter leiden, wenn sie übergewichtig sind. Und ich bin mir sicher, dass du auch einige neue Sachen erfährst, weil sie halt außerhalb dieser normalen Diäten, die man so in Zeitschriften vorfindet, weil ich da so ein paar eigene Sachen rausgefunden habe. Und die möchte ich, diese ganzen vielen kleinen Erkenntnisse möchte ich mit dir teilen. Und ich erzähle dir kurz, wie die Ausgangssituation war. Ich habe das auch schon mal in der Zuckersucht-Videoreihe gemacht. Ich packe die mal oben in die Infobox. Da habe ich erzählt, wie ich mich von meiner Zuckersucht befreit habe. Vielleicht interessiert dich das auch. Genau. Also die Ausgangssituation war folgende. Ich kam aus Spanien zurück, war da sechs Wochen und hatte insgesamt so eine Phase, in der es mir nicht so gut ging. Ich habe, wie viele andere Menschen auch, viel über Essen kompensiert. Und war damals wirklich an der Spitze von dem Gewicht, was ich jemals hatte. Es waren irgendwie so 92 Kilo. Und ja, ich habe mich damals nicht mehr wohlgefühlt in meinem Körper. Ich konnte mich nicht mehr bücken, ohne dass mein Bauch wehgetan hat. Und das war echt dann schon so ein Zeichen von, jetzt ist wirklich viel zu viel. Ich habe geröchelt, wenn ich die Treppen gestiegen bin und das mit Mitte 30. Beim Joggen habe ich schwer geatmet und mein Rücken hat mir wehgetan von dem Gewicht, was meine Knochen sozusagen tragen müssen, Tag für Tag. Und ja, ich habe vorher viele Diäten ausprobiert. Also ich bin schon mein Leben lang immer dick gewesen und habe wirklich viele Diäten ausprobiert und kenne total diesen Jojo-Effekt. Und finde das halt jetzt einfach super, dass ich wirklich jetzt seit zwei Jahren eher immer weiter abnehme und es nicht mehr wieder draufkommt. Und das ist wirklich, ja, ein total schönes Gefühl, was mir sehr, sehr gut tut in meinem Körper und meiner Seele. Ja, wichtig in diesem Prozess des Abnehmens war auch nicht nur irgendwie, was ich gegessen habe und dass ich Sport gemacht habe. Zu dem einzelnen Plan komme ich gleich, sondern auch der ganze psychische Prozess, der seelische Prozess, der damit zusammenhängt. Ich habe zum Beispiel analysiert, wofür stehen diese Kilos? Ja, was, was, wofür brauche ich diesen Schutzpanzer? Also warum esse ich so viel? Was kompensiere ich? Ja, und ich hatte zum Beispiel große Angst vor Männern und also, dass die mir zu nahe kommen und dachte immer so, wenn ich dick bin, dann habe ich, muss ich davor keine Angst haben. Also, ich habe mich minderwertig gefühlt und habe meinen Frust so in mich reingefressen. Das waren so zum Beispiel zwei Punkte bei mir. Und es lohnt sich wirklich, da tiefer reinzuschauen, was es bedeutet, dass dein Essen, dein zu viel Essen, was versuchst du da in dir zu stopfen vielleicht? Die Gefühle, die Ungelebten oder Ängste. Und ja, einmal, wie gesagt, die, wofür steht das Essen und dann auch, wofür stehen die Kilos? Wofür steht das Extragewicht? Gibt es dir vielleicht auch ein Gefühl von Kraft, von Stärken? Ja, der große Wandel, sozusagen, der stattgefunden hat, wodurch dann jetzt dieser Prozess entstanden ist, in dem ich mich seit zwei Jahren befinde, ist, dass ich in einem Buch über emanzipierte Frauen gelesen habe, dass eine emanzipierte Frau nicht abnimmt, weil sie irgendwie einem Ideal entsprechen möchte oder weil sie einem Mann gefallen möchte oder weil die Klamotten nicht mehr passen, die man irgendwie im Laden bekommt, ja, sondern weil mir das gut tut, leichter zu sein. Weil es ein Ausdruck von Selbstliebe ist, wenn ich mir Gutes tue, ja, und wenn ich zu viel esse, dann tue ich mir nicht Gutes. Wenn sozusagen der Grund für das Abnehmen wollen in meinem Inneren liegt, ja, und wenn es zu meinem Wohle ist, dann unterstützt das Leben das. Wenn ich es für andere tue oder für irgendwas, was im Außen liegt, dann wird es anstrengend. Ja, das, dann kommen so Aspekte von Verzicht und Geißelung mit rein, ja, das, ich habe immer irgendwie geschafft, so eine Weile Sachen durchzuhalten, aber irgendwann kam dann der Punkt, wo ich das Gefühl hatte, ich will nicht mehr verzichten, ich will nicht mehr das Gefühl haben, zu verzichten. Und mit dem Plan, den ich mir dann aufgestellt habe, da habe ich wirklich so viel gegessen, wie ich wollte und habe trotzdem abgenommen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich dir tatsächlich verrate, wie ich das gemacht habe, wie da mein Plan so war. Ja, also, folgendes habe ich gemacht. Ich habe mir so ein großes Blatt gemacht, wo ich mir vorgenommen habe, also es war immer so ein Monat drauf, und ich habe mir, glaube ich, am Anfang keinen Zeitraum gesetzt oder so, aber ich wusste, ich gehe immer so wochenweise vor und habe mir dann so einen Wochenplan erstellt. Und da stand dann zum Beispiel drin, dass ich viermal die Woche Sport mache, jeweils eine Stunde. Ich bin gejoggt, ich bin Fahrrad gefahren und ich mache Bakwa, das ist so ein Kampfsport. Und am Anfang bin ich nur Fahrrad gefahren, weil das war das Einzige, was mir Spaß gemacht hat. Und das ist auch ein Geheimnis, wie du wirklich so Sachen durchhältst. Und zwar, wenn dir die Sachen, die du machst, um leichter zu werden, wenn die dir Freude machen. Wenn es sozusagen nicht darum geht, abzunehmen, sondern weil du einfach Fahrrad fährst, weil es dir Freude macht. Und ich habe halt gemerkt, wenn ich draußen bin, an der frischen Luft, das tut mir total gut. Und ja, dann habe ich das immer wieder gemacht. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, oh, vom ständigen Fahrradfahren tut mir mein Rücken weh. Und dann habe ich angefangen zu joggen, am Anfang irgendwie eine halbe Stunde, und das hat sich dann immer mehr gesteigert und habe einfach gemerkt, wie es mir gut tut, wie ich mich gut dabei fühle. Und dann habe ich immer mehr Lust drauf gekriegt. Klar, es gab immer wieder den Punkt, mich überwinden zu müssen, aber dieses gute Körpergefühl, das hat mich dann immer wieder rausgetrieben in den Wald, um zu joggen. Ich habe in der Zeit natürlich auch meine Ernährung umgestellt, und das ist auch noch so ein anderer Punkt, wenn ich nicht von einer Diät spreche, die im Kopf programmiert oder hervorruft, okay, das geht jetzt sechs Wochen oder einen Monat oder drei Tage, sondern wenn ich sage, ich stelle meine Ernährung um, dann betrete ich einen neuen Lebensweg. Ja, ich mache nicht nur was, was so kurzfristig dauert, sondern was ich dann, wo ich klar schaffe, eine bestimmte Mehrenergie aufzubringen. Also so wie ich jetzt halt diese 20 Kilo habe ich in circa einem halben Jahr abgenommen, also so jede Woche ungefähr ein Kilo. Und das, ja, das war dann, ich bin dann so reingerutscht, mehr oder weniger in so eine Ernährungsumstellung, aber dazu komme ich gleich. Ich habe dann angefangen, so vegan mich zu ernähren, was auch ein wichtiger Punkt war. Und ich habe mich informiert im Internet, ich hatte schon mal so mit, also Smoothies habe ich schon getrunken, so Obst-Smoothies und kannte das von Freunden so mit diesen grünen Smoothies und habe dann nochmal bei YouTube so Videos eingeguckt und bin dann relativ schnell auf das Rohkost-1x1 gestoßen, auf Silke Leopold, auf Rolletics und habe die Rohkost kennengelernt, die ich bis dahin noch gar nicht kannte. Aber ich habe gemerkt, auf den Tellerchen, die ich mir immer so, oder auf den großen Tellern, die ich mir zubereitet habe, das war halt eh schon viel Rohkost und dann war das wie so ein leichter Übergang, dann einfach mal auszuprobieren, wie das ist, komplett roh mich zu ernähren. Ja, also roh heißt alles, ungekocht. Und das war dann einfach auch sehr spannend, diese Umstellung, das auszuprobieren, das Neue. Ich habe gemerkt, ich habe früher schon immer nicht gern gekocht und das kam mir total entgegen, so alles. Und ich fand es total genial, dass ich mich nach dem Essen nicht schwer gefühlt habe. Ja, wenn ich sonst Kuchen in mich reingefressen habe, das ist wirklich so meine große Sucht gewesen. Also viel Kuchen, viel Süßigkeiten und ich habe mich danach einfach nicht gut gefühlt. Ja, und das war auch wichtig, so zu realisieren, nach welchem Essen fühle ich mich gut, ja, worauf, was möchte ich wieder essen und wonach fühle ich mich schlecht. Und das dann wegzulassen. Und wirklich immer dabei zu sein und diese Erkenntnisse einzubauen und Schritt für Schritt vorzugehen. Und dann immer weiterzugehen. Und klar, das kostet viel Energie, viel Überwindungsenergie, die ich dann spüren kann, indem ich mich wohler fühle in mir selbst, mit mir selbst. Und das hat mich total angesprochen, so zu merken, boah, ich kann mein Ziel erreichen. Ich habe das ganz ohne Waage gemacht. Also ich habe wirklich, und das würde ich dir auch sehr empfehlen, einfach auf dein Gefühl zu hören. Immer und immer stärker dein Gefühl zu trauen und dem nachzugehen und es immer mehr zu verstärken und dieses Körpergefühl immer weiter auszubreiten. Weil wenn du wirklich mit dir und deinem Körper verbunden bist, dann futterst du nicht mehr Sachen, die dir nicht gut fühlen. Und dann fällt es dir viel leichter, diese Sachen wegzulassen. Und zu diesen viermal die Woche Sport und Rohkost kam dann noch ein Fastentag in der Woche. Ich habe also einen Tag gar nichts gegessen. Das war, ich weiß nicht, also einerseits um, ich hatte, ja das ist jetzt so eine andere Theorie, ich habe ganz viel Krebs bei mir in der Familie und ich habe gehört, dass wenn man halt längere Zeit mal nichts isst, dann, dass dann so ein Stoff ausgeschüttet wird im Kopf und der dann sozusagen verhindert, dass man Krebs bekommt. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, da komme ich vielleicht in einem anderen Video nochmal dazu. Aber auf jeden Fall habe ich halt diesen Fastentag auch eingelegt. Und da habe ich mir wirklich einen Tag in der Woche schon im Vorhinein vorgenommen, wo ich wusste, da habe ich nicht so viel zu tun, beziehungsweise ich habe viel zu tun und es ist so nebenbei. Also guck da, was irgendwie für dich passt. Der hat mir auf jeden Fall auch sehr gut getan, weil ich da meinen Darm entlastet habe. Und das war wirklich, ja auch ein cooles Gefühl, mal so einen Tag nicht zu essen und nichts in mich reinzustopfen. So, genau. Und ich habe dann, wie gesagt, das mit der Rohkost ist ja jetzt auch nicht so verbreitet, angefangen, mich mit anderen Rohkostlern zu treffen. Bin dann immer zu Rohkostpicknicks gegangen, um einfach mich bei der Stange zu halten, um mich mit Gleichgesinnten zu treffen und mich nicht wie so ein Alien zu fühlen unter all den anderen. Und das ist wirklich das Krasse bei der Rohkost, wenn du mit dieser Umstellung anfängst, dann kannst du wirklich essen, so viel du willst. Ich habe gefrühstückt, also hier grüne Smoothies gefrühstückt. Ich habe mittags mir so einen bunten Teller gemacht mit ganz viel Gemüse und Obst und alles, was ich wollte. Und nachmittags habe ich mir so einen süßen, richtig süßen Pudding gemacht, aber nicht so wie du das kennst, so mit Milch und Puddingpulver. Sondern ich habe mir in den Mixer Bananen, Datteln, Kakaopulver, Cashewnüsse, manchmal ein bisschen Kokosmus und dann irgendwie noch so eine Geschmacksrichtung, die ich wollte. Vielleicht Vanillepulver oder so oder mal eine Orange rein und dann das gemixt und dann so einen richtig großen Becher davon. Nur weil ich jetzt auf Rohkost umstelle oder irgendwie abnehmen möchte, wollte ich auf Süß nicht verzichten. Ich hatte immer noch diesen Süßzahn und ja, das konnte ich total machen und ich habe trotzdem abgenommen. Und das war wirklich sehr erleichternd, weil bei den anderen Diäten vorher musste ich immer verzichten auf irgendwie Süßes oder habe mir was zurückgehalten. Und das fiel halt jetzt einfach weg. Ja, dann hatte ich diese 20 Kilo abgenommen und dann ging es noch weiter. Dann fing der Winter so an und jeder, der so mit Gewicht ein Thema hat, weiß, dass im Winter nimmt man sehr leicht zu, weniger Bewegung, Weihnachten. Und diese ganze vorweihnachtliche Zeit, Advent mit Keksen und Kuchen und was da immer so alles familienfestemäßig losgeht. Und dann war mein Ziel halt, das Gewicht zu halten. Und ich habe dann gemerkt, okay, so 100% Rohkost halte ich nicht durch. Das war jetzt wirklich so für diese Phase von, diese Intensivphase vom Abnehmen, da war das okay. Und dann habe ich aber gemerkt so, boah, nee, im Winter nur roh geht irgendwie nicht. Und habe dann wieder angefangen, Gekochtes zu essen. Mein Ziel war aber, weiterhin vegan zu essen. Und ich erzähle dir, warum ich vegan mich jetzt seitdem ernähre. Und zwar habe ich einfach gemerkt, dass ich dieses Leid, was die Tiere empfinden, wenn sie geschlachtet werden, wenn sie getötet werden, ich wollte das nicht mehr aufnehmen in mich. Weil das auch zu meinem Gefühl beiträgt, was ich in mir habe. Und wenn ich tote Tiere esse, dann nehme ich diesen leidvollen Weg mit auf. Und ich habe einfach gemerkt, dass meine Gedanken, seitdem ich mich vegan ernähre, viel reiner sind, irgendwie viel klarer sind. Ich habe auch Gluten weggelassen, weil ich einfach gemerkt habe, das tut mir nicht so gut. Aber ja, also das sind so lauter kleine Schritte, die Erkenntnisprozesse, die dann da noch mit dabei waren. Und genau, und dann durch diesen Winter habe ich dann gemerkt, okay, dieses Rohkost, das ist nicht irgendwie nur, was mir hilft abzunehmen, sondern es ist halt wirklich eine Ernährungsform, die mir gut tut und die ich weiter verfolgen will. Und dass das wirklich ein Weg ist, den es da zu gehen gibt. Ich bin jetzt bei 60, 70, 80 Prozent Rohkost und ich merke, wie das von ganz alleine immer weiter ansteigt. Aber ich habe da jetzt auch kein Ziel mehr und ich esse mittlerweile einfach immer mehr nach Gefühl, worauf habe ich Lust. Aktuell bin ich dabei dem Punkt, dass ich morgens faste, bis gegen 12 ungefähr. Mittlerweile auch trocken faste, also dass ich wirklich meinen Darm total entspanne, beziehungsweise Ruhe gebe. Und das tut mir total gut, das merke ich, meinem Darm der Verdauung einfach diese Ruhepause zu haben. Dann fange ich mit Obst an oder leichten, also so Monosachen, also ich versuche immer nur eine Sache zu essen, nicht mehr so viel verarbeitetes. Am Anfang bei der Rohkost habe ich einfach alles, was es in der, sag ich mal, Kochwelt gibt, in Rohvariante nachzumachen. Also Rohkost-Cracker statt Brot, Rohkost-Pizza statt normaler Pizza, also so Käse-Teig-Pizza, Kuchen auch, alles nachgemacht in Rohvarianten. Also da findet ihr unzählige Rezepte und ja, Roh ist einfach, du nimmst lebendige Nahrung auf, du nimmst Lebendigkeit in dich auf und das kommt bei der Seele einfach an. Genau. Dann, achso genau, was ich noch vergessen hatte bei dieser intensiven Abnehmphase, noch zwei weitere Tipps. Das eine ist Ausnahmen, ja, wenn du mal sozusagen dann doch irgendwie Kuchen vom Bäcker isst oder irgendwie beim Geburtstag oder auf dem Buffet oder so, dann heißt das nicht, dass alles verloren ist und du komplett alles vergessen kannst, sondern du machst einfach danach ganz normal weiter mit deiner Umstellung. Und ja, das war auch für mich total wichtig, diese Erkenntnis, dass ich dann nicht versagt habe und alles hinschmeiße. Und deswegen habe ich dann quasi mir das auch eingebaut, dass ich gesagt habe, ich darf zwei bis drei Ausnahmen die Woche machen und alles, also so, wenn ich beim Geburtstag war oder so, so, dass ich dann da halt auch mal, ich sag mal, bei den anderen mitgegessen habe, so, bei den ganz normalen gekochten Sachen oder gebackenen Sachen oder so. Also, dass das auch mit dabei ist, so. Und das andere, meine Woche fing immer dienstags an. War auch so ein Trick, den ich dann irgendwann kapiert habe, weil ich gemerkt habe, wenn ich jetzt nicht geschafft habe, bis Freitag irgendwie Sport zu machen oder so, dann war immer Samstag, Sonntag, war aber irgendwie so Wochenende und Ausruhen und Genießen. Und wenn ich es bis dahin halt dann nicht geschafft hatte, das alles so zu befolgen, was ich mir da als Regeln aufgestellt hatte, um mich an ihnen festzuhalten, um mir einen Rahmen zu geben, dann hatte ich noch den Montag, um irgendwie Sport zu machen. Weil Montag ist ein super Tag, um zu fasten. Also montags habe ich meistens den Fastentag dann gemacht und halt auch für, um Sport zu machen. Genau. Ja, also, ich sage dir, dass die, die das Abnehmen viel, viel leichter fällt, wenn du wirklich auf das Glück schaust. Wenn du auf das schaust, was es dir gibt und du bemerkst, wie es dir gut damit geht und du Dinge tust und die Schritte tust, mit denen du dich wohlfühlst und glücklich fühlst, so, dann kann es, dann kann es wirklich funktionieren und auch dauerhaft. Ja. Also probiere es mal aus und lass mich gerne wissen, wie das für dich so vonstatten geht. Wenn du bei deinem Weg Unterstützung möchtest, kannst du mich gerne anschreiben und wir können irgendwie so einen Skype-Termin ausmachen. Ich begleite dich da total gern und schaue auf deine Stolperfallen mit dir und da, wo man immer wieder mal reinfällt. Du musst da nicht alleine durch. Ich habe mir auch Unterstützung geholt und es ist einfach wunderbar, da mit jemandem das zusammen zu machen. Und wenn du Lust hast, die Rohkost mal kennenzulernen, im August und November, wobei im August ist besser, weil das ist dann wirklich ein Retreat, wo es um Rohkost geht auch. Und zwar mache ich mit Tobias von Rawletics zusammen einen Retreat, wo es um Meditation und... Ähm... 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 Ich habe das Wort vergessen. Meditation und... Naja. Also es geht um... 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 Und... Ja. Da werden wir neun Tage zusammen sein und einfach eine schöne Zeit haben und im Moment... Um im Moment anzukommen, um uns mit uns selbst zu beschäftigen und... Ja. Einfach in der Gruppe zu sein und die Prozesse zu machen, die dann da anstehen. Im Herbst gibt es dann ein Fasten. Wer darauf Lust hat, ich schreibe das alles unten in die Infobox. Also wir freuen uns über ein tolles Beisammensein. Und wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann schreib uns gerne an. Oder schreib mich gerne an. Ja. Also... Wenn du Lust auf mehr Videos von mir hast, dann abonniere gerne den Kanal und schau auch mal in der Zuckersuchtserie vorbei. Und ich habe auch ein Video gemacht, wo ich dir meine Tipps und Tricks nochmal zusammengefasst erzähle, wie ich halt wirklich dauerhaft abgenommen habe. Also so, dass es sozusagen nicht zurückkommt. Und das verlinke ich dir auch oben in den Infokarten. Genau. Also... Ich glaube, das war's für jetzt. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Und freue mich, von dir zu hören. Bis dann. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe.